Das ALMA-Teleskop in der chilenischen Wüste setzt sich aus 66 Antennen zusammen. Sie alle fangen mit ihren Spiegeln eine bestimmte Art von Licht ein. Für das menschliche Auge ist dieses Licht nicht sichtbar. Das Besondere daran ist, dass man mit diesem Licht bestimmte Entwicklungen im Weltraum anschauen kann, zum Beispiel wie sich Sterne und Planeten bilden. Um dieses Licht sichtbar zu machen und in Bilder zu verwandeln, sind zwei Dinge notwendig. Erstens, die Antennen. Sie wandeln das von den Spiegeln eingefangene Licht in elektrische Signale um. Zweitens, ein extraentwickelter Riesenrechner. Der hilft dabei, diese Signale zusammenzubringen und daraus ein Foto zu erstellen. Der Rechner schafft bis zu 17 Billiarden Rechenvorgänge. Und das in gerade mal einer Sekunde. Das Ergebnis sind solche Bilder von weit entfernten Galaxien aus dem Weltall. An der Auswertung dieser Bilder arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammen. Sie wollen mehr darüber erfahren, wie genau Planeten und Sterne vor Milliarden Jahren entstanden sind.